Die vier besten PC-Ständer, unsere Top-Empfehlungen Ich bin sehr zufrieden mit dem Roline PC-Ständer. Die Rollen machen es sehr einfach, meinen Computer an verschiedene Orte zu bewegen. Das Beige-Design passt gut zu meinem Büro und macht den Ständer diskret. Die Konstruktion ist robust und hält meinen PC sicher und stabil. Darüber hinaus lässt sich der Ständer einfach montieren und bleibt auch bei regelmäßigem Gebrauch in einwandfreiem Zustand. Ich würde dieses Produkt ohne zu zögern jedem empfehlen, der einen praktischen und zuverlässigen Ständer für seinen PC benötigt. Ich bin begeistert von dem MyFatGorilla Laptop-Ständer aus Bambus. Die ergonomische Halterung ist perfekt für mein Notebook und kann auch mit meinem MacBook verwendet werden. Durch die Erhöhung des Laptops auf dem Schreibtisch habe ich eine angenehme Haltung und vermeide Rückenschmerzen. Der Laptop-Ständer aus Holz ist nicht nur praktisch, sondern sieht auch sehr schön aus und fügt sich gut in mein Arbeitsumfeld ein. Ich empfehle den vertikalen Laptop-Stand definitiv weiter. Ich habe den Value-PC-Ständer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Rollwagen ist stabil und einfach zu bewegen, was es mir erleichtert, meinen Computer an verschiedenen Orten im Raum zu nutzen. Der schwarze Farbton passt auch gut zu meinem Schreibtisch. Ich war besonders erfreut darüber, wie einfach es war, den Ständer zusammenzubauen, es hat nur wenige Minuten gedauert. Alles in allem ist dies ein großartiges Zubehörteil, das meinem Arbeitsbereich mehr Flexibilität verleiht. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe den FitUi's Dual Monitor Ständer für meinen Computer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Bildschirmständer ist aus robustem Holz und verfügt über eine Schublade, in der ich meine wichtigen Dokumente und Stifte aufbewahren kann. Die Länge und der Winkel des Ständers lassen sich einstellen, was für eine bequeme Bildschirmposition sorgt. Der Ständer ist auch für TV oder Laptop geeignet und bietet genügend Platz für zwei Monitore. Die schwarze Farbe des Ständers sieht auch sehr gut aus. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.